Wir bleiben kurz drauf, da kommt der nächste enttäuschte, gleich werdet ihr ihn auch sehen. Silvio Heinevetter, fällt schwer Worte zu finden nach so einem Spiel. Warum hat es nicht geklappt? Wir haben nicht unser bestes Spiel gemacht, das muss man eindrigerweise sagen. Heute können wir spielen nicht die Wendepunkt aus. Was bedeutet das? Was weiß ihr? Vielleicht erklären sie es. Wir sind immer noch Gäste hier in dem Land, sondern man muss dann aufpassen, was man sagt. Sie spielen darauf an, dass die eine oder andere Entscheidung unglücklich getroffen wurde. Das habe ich nicht gesagt. Aber jeder, der das Spiel gesehen hat und der ein bisschen Ahnung hat von Handball, der weiß, was ich denke. Vielen Dank, auch du. Ja, ein etwas enttäuschter Silvio Heinevetter. Jens, weiter mit euch. Ja, danke. Und schwer auszuhören, dass Silvio Heinevetter die Leistung der Schiedsrichter angesprochen hat. Sören in der ersten Hälfte war eigentlich...